Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal einen Zehner von einem Tech Tree an, den ich glaube ich auch noch gar nicht so groß beleuchtet hatte und zwar die Foch. Es hat auch einen kleinen Grund warum ich den nicht so beleuchtet habe. Ich bin ganz ehrlich mit euch wirklich, da bin ich mir auch nicht zu schade für. Die Foch ist ein turmloser TD und mit turmlosen TDs tue ich mich echt wirklich schwer. Ich weiß, dass viele gut sind. Ich mag auch wirklich viele, also zum Beispiel die Foch mag ich sehr. Badger absolut geil. 268, 268, 263 hat auch mal dazu gezählt, aber ich finde mittlerweile nicht mehr so geil. Und Stritzwagen auch absolut heftig. Das Problem ist nur turmlose TDs sind auch recht schnell aufgeschmissen. Sobald irgendwer anfängt dich zu zirkeln, du musst versuchen ihn abzuwehren, dann hast du noch vor dir vielleicht Probleme. Du hast dann immer nur eine Seite, die gut gepanzert ist. Sobald es um dich herum passiert, ist es schwierig ohne Teamhilfe da noch groß was zu machen. Und gerade auch bei der aktuellen Meta, die sie jetzt auch schon länger zieht, ist es wirklich verdammt nochmal hart mit solchen Dingern echt gut konstant abzuliefern. Man kann echt gute Runden haben. Das sind dann aber oftmals Ausnahmerunden, weil das Team instant von zwei Minuten weg sind. Wir hatten das oft genug. Ich glaube, ich muss das nicht mehr erwähnen groß. Dein Team überrennt das Gegner Team. Das Gegner Team überrennt dein Team. Du wirst allein gelassen. Alle hauen ab oder sterben. Es sind so viele Faktoren wirklich. Es ist schwierig. Und die Foch hat halt auch noch den Nachteil, den ich bis heute echt schlimm finde bei ihr. Liegt vielleicht auch mit bei dem Design der Franzosen. Die hatten ja eh nie wirklich, wenn man den ganzen Panzer von denen sieht. Gute Panzerdesigns. Wir haben den Weakspot, der oben drüber ist. Also bevor du selber über einen Hügel oder sonst was gucken kannst, ist dein Weakspot sichtbar. Und das ist halt dieser riesenlange Leisten-Cupola dort. Ja, also dieser Seeschlitzkommandantenturm, was auch immer. Das ist ja nicht mal mehr eine Luke. Das ist ja schon ein riesiger Turm. Und der hat halt hier nur 150 Millimeter in der Mitte. Und außen sind wir dann schon nur bei 50 Millimeter. Es ist wirklich verdammt schwierig. Die Front an sich von der Foch, 180 Millimeter mit der Winkelung, das ist absolut geil. Dieser kleine Cupola mit 175, der geht eigentlich auch noch klar. Wenn man ein bisschen wiggelt, ein bisschen anschrägt. Der ist jetzt nicht ganz so zuverlässig, aber der ist auf jeden Fall kein Safe-Pen immer für andere. Aber der andere Cupola wirklich, das ist, also ihr seht schon, das ist nicht geil. Die Seite von der Foch, ja, 70 Millimeter, lässt sich auf jeden Fall mit arbeiten, mit dem Sidescraper, mit ein bisschen wiggeln. Da kann man was bouncen. Ja, aber wird euch halt nicht viel bringen. Aber wie gesagt, dieser riesen Cupola oben drauf ist halt echt unangenehm. Und, ja, ich weiß nicht, wie, also es ist halt wirklich jedes Mal das Problem, wenn du irgendwo rüber gucken willst, er ist sichtbar. Er ist sofort sichtbar. Du musst halt wirklich versuchen, dann irgendwie Schüsse zu dodgen, auszuweichen, zu wiggeln, versuchen, einen Autobouncewinkel zu schaffen, schnell irgendwie überspitzt das Ding hinstellen oder lässt er halt durchholzen. Also wirklich, meiner Erfahrung nach, da geht immer so viel durch. Jeder weiß sofort, aha, kommt eine Foch instant oben rein. Mal gucken, wie die Runden jetzt laufen. Vielleicht passiert es auch direkt so. Also, ja, aber ansonsten Panzerungstechnisch, die Front, wie gesagt, geht absolut klar. Die Unterwanne, das sind hier, glaube ich, die 120 Millimeter, nee, das sind die 100 Millimeter, aber die auch absolut, also frontal, sonst übelst geil. Die Seiten mit 70 Millimeter gehen auch voll klar. Ja, also Panzerung kann sie haben. Man muss halt Glück haben mit den Gegnern, dass die mit Auto-Aim oder sonst was schießen oder halt wirklich verreißen noch den Schuss, weil oben die Leiste ist halt euer absoluter Tod. Ansonsten, die Stats, wir fahren 50 vorwärts, 16 rückwärts, 17,8 PS pro Tonne, das geht auf jeden Fall klar. 1850 HP, das ist jetzt halt nicht so viel für einen Zehner. Gerade mit so einem krassen Weakspot oben drauf. Ja, mal gucken, vielleicht macht WG ja sogar noch was. Wir haben einen Tarnwert in der Bewegung von 334 und eine Sichtweite von 497 oder knapp 500 Meter. Das ist schon geil. Wir sind 170 Meter knapp über unserem Tarnwert in der Bewegung. Also, damit kann man arbeiten. Wir haben 18 Grad nach oben, 6 Grad nach unten und wir haben 10 Grad nach rechts und links. Ja, ist jetzt auch nicht das Beste, könnte aber auch schlimmer sein, dadurch sie relativ schnell dreht. Wir sehen es hier unter den HP, 30 Grad die Sekunde, also sie ist da auch relativ flink. Nachladezeit, ja, jetzt kommen wir da rauf, die FH hat zwei Kanonen. Die andere wurde ja dann nochmal hinzugefügt. Wir haben einmal jetzt gerade die verbaute 120 Millimeter und dann noch eine 155, deswegen ja auch der Name eigentlich FH 155, die war ja standardmäßig drauf. Mit der 120 Millimeter haben wir einen Reload von 30 Sekunden, Genauigkeit von 0,27, Zielerfassung 183. Sechs Schüsse Magazin, zwei Sekunden Intraclip. Wir haben AP und APCR, absolut geil, lässt sich mit arbeiten, eine DBM von 3500, also 3600 knapp, aufgerundet. Das ist wirklich nice. Also absolut ein Traum, was wir hier haben an der Kanone. 257 Penn auf der AP, 325 auf der APCR. 1067 Fluggeschwindigkeit von der AP, das kann man mit leben. 1334 auf der APCR, geht auch voll klar. Wir haben hier auch ein Alpha von 400. Den HE-Clip lasse ich raus, weil ich bei den Autoloadern sowieso gerade jetzt hier diese 65 Penn-HE nur, sehe ich nicht, fühle ich nicht. Ähm, ja. Mein Loadout hier, 42 AP, 30 APCR, Lüftung, Richtantrieb und Optiken, alles für Gun Handling, Reload und halt nochmal die Sichtweite, weil bei den TDs kannst du eh nicht viel verbauen. Also man könnte jetzt auch die Tarnung noch mitnehmen, das ist ja wie gesagt, Tarnung oder Optiken, es spielt am Ende beide auf selbe hinaus, entweder seid ihr weniger sichtbar, oder ihr könnt halt weiter spotten, kommen am Ende auf selbe hinaus. Leistungsgewicht könnte man noch machen, nochmal verbessern, dadurch sie eh keinen schlechten Wert hat und das prozentual gerechnet wird. Aber ich finde sie schon mobil genug, deswegen in meinen Augen hier Lüftung, auf jeden Fall um den Reload noch einen Ticken zu machen. Kein Ansitzer, deswegen Autoloader. Also hier nochmal den Reloadwing boosten und Gun Handling insgesamt, dann noch den Richtantrieb, um nach den Schüssen schnell die 6 Schuss rauszuhauen oder halt auch mit dem anderen, aber da habt ihr genug Zeit mit dem anderen Clip, das zeige ich euch gleich. Und halt die Optiken nochmal. In meinen Augen eigentlich so die 4 Sachen und bei Optiken oder Tarnnetz ist also es euch überlassen so meine Empfehlung. So, jetzt gucken wir uns noch die andere Kanone an, die 155er und ihr seht schon, die hat auch einen echt komischen Alpha. Wir haben hier einen Reload von 39,5, also knapp 10 Sekunden länger. Wir haben eine Genauigkeit von 0,28, eine Zielerfassung von 2,38, also ein bisschen schlechteres Gun Handling, kann man mit aber leben. 3 Schuss nur noch im Clip, 5 Sekunden Intra-Clip, das ist schon mal übers Doppelte als mit der anderen Kanone. Wir haben auch nur 30 Schuss mit, das ist auch schon wenig, das sind nur 10 Clips. Wir haben AP und Heat, hier fehlt die AP-CR. Wir haben eine DBM von 2800, geht immer noch klar, ist nicht das Beste, aber kann man mit leben. Wir haben eine Pen von 293 auf der AP, 395 auf der Heat, das ist schon mal auf jeden Fall mehr als mit der kleinen Kanone. Wir haben 770 Alpha. Komischer Wert, ja, aber der ballert auf jeden Fall rein. So, und dann kommen wir auch schon zu dem Negativ-Aspekt mit. AP und Heat nur mit 826 hier unterwegs, also wirklich Fluggeschwindigkeit nicht so geil. Da muss man schon ein bisschen besser aimen können, weil die halt länger fliegen. Der Impact, wenn er trifft und pennt, ist natürlich geil mit 770. Ist fast das Doppelte, was wir mit der anderen machen, mit einem Schuss. Aber ihr ladet halt auch länger nach, ihr habt einen längeren Intra-Clip. muss man halt wissen, wie man so spielen will. Ich werde euch in den Videos beide Kanonen zeigen und am Ende müsst ihr halt dann selber schauen, wie ihr zurechtkommt, falls ihr auf die Foch gehen wollt. Ich in meinen Augen muss euch tatsächlich sagen, ich finde die Foch-Reihe wirklich geil. Ich habe die ja noch gespielt, wo die ja relativ frisch drinne war. Ich muss sagen, hier der 5er ist absolut brutal. Also wenn ihr alleine euch die Pen-Werte da schon mal anschaut, 165, 223 und ihr habt halt 300 Alpha oder 330. Das ist halt für einen 5er ist schon ein geildes Ding. Der 6er ist ein bisschen, ja, Pinocchio-Nase mit dem riesen Copolo obendrauf. Absolut finde ich nicht mehr so geil. Also den fand ich richtig Müll. Der 7er schwierig. Der kann mal cool sein. Der kann aber auch mal echt nerven. Also bei mir war die Kanone damals noch, das ist schon Jahre her noch, Jahre auch vor 6.0, das war noch zu 360 Zeiten. Oder kam die zu 360 Zeiten oder zu One-Zeiten? Ne, die kam schon zu 360 Zeiten rein. Fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Dadurch ja auch ein bisschen groß ist. Wenn wir uns das mal angucken hier. Ja, Panzerung frontal 120 Millimeter. Das geht auf der Stufe schon noch klar. Aber hier auch die Copolo, beide riesig mit 100 Millimeter nur. Das ist halt auch schon wieder das typische Forchverhalten. Das ist nicht so geil. Der 8er jetzt mittlerweile, glaube ich, auch ein Autoloader. Ne, oder? Ah, ich habe nicht die Top Gun drauf. Ich habe mir den nämlich mal zurückgekauft gehabt. Und jetzt ist ein Autoloader. Wo ich den gegrindet habe, war der 8er auch noch ein Single Shot. Da hatte der noch nicht die Autoloader-Kanone. Jetzt in mittlerweile denke ich mal ganz geil, der 9er, ich fand den absolut okay. Also der 9er wirklich in meinen Augen echt spielbar für seine Stufe. Der war richtig, richtig angenehm. Aber überspringt denn da immer die Panzerung? Verdammt nochmal hier. Ich meine, wir haben hier dieselbe Panzerung wie der 10er schon auf Stufe 9. 180 Front, die 175 der eine Coppola, 150 der andere, 100 die Unterwanne, die Seite 70. Also wir haben die identische Panzerung wie der 10er auf Stufe 9 halt nur mit weniger HP. Lässt sich aber absolut angenehm spielen. Hat halt nur die kleine Kanone. Die 9er hat nur eine Kanone auch, wirklich. Ist aber nicht schlimm. Ja, und dann kommt ihr halt zum 10er. Und ich finde den auch absolut, absolut geil. Nur der Coppola nervt halt wirklich. So, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gequatscht. Jetzt habe ich euch viel zu lange das vorgestellt. Ihr seid wahrscheinlich eh schon eingeschlafen. Und wir gehen einfach mal in die erste Runde rein. Freunde, in der ersten Runde. Ja, Angriff. Ne, Begegnungsgefecht. 10er, 8er Lobby, 2 9er nur. Hab wieder Rufless und Farah in dem Gegnerteam. Wir starten hier gerade mit der großen Kanone. Ähm, einfach dem geschuldet, weil ich glaube, ich brauche viel länger damit eine gute Runde zu zeigen als mit der kleinen Kanone. Aber wir gucken mal, was geht. Ähm, ja, ich werde mich erst mal bei der Heavy-Ecke unten mit platzieren. Aber halt ein bisschen weiter hinten. Wie gesagt, wir haben zwar Panzerung eigentlich, aber dieser Coppola ist halt wirklich schwierig. Und wenn ich gerade an sowas denke, wie eine Taran oder ein Rufless, die uns da treffen könnten, ähm, da haben wir halt direkt mal 1000 HP weg, ne, und das ist halt absolut nicht geil. Wir haben jetzt da zwei 10er Mediums, die oben sind. Das ist halt auch schon nicht so schön. Unser Bulldog spottet da vorne auch nichts. Na gut, da hinten stehen schon TTs auf jeden Fall. Da steht einiges. Ich muss jetzt halt den Spagat finden zwischen hier Damage machen und, ähm, die Mediums werden uns jetzt halt outspotten, ne. Das ist jetzt halt echt schwierig, schwierig. Wenn die halt nur einmal um die Ecke pieken, dann habe ich halt echt keinen Bock, ne. Darauf habe ich halt echt keinen Bock. Wir werden das anders spielen. Hier ist auch viel zu viel los gerade. Werde es schon gerade irgendwie, äh, ich merke das schon im Urin gerade, dass wir, äh, ein bisschen, äh, Fehlverteilung haben. Deswegen werde ich mich jetzt nochmal hier verziehen. Gucken, dass ich vielleicht oben und in der Mitte helfen kann. Na, hier unten stehen wir uns dann auch einfach nur im Weg. Ja, oben ist unser Leid jetzt auch viel zu aggressiv. Das habe ich mir jetzt gedacht. Das ist halt nicht so schön. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich irgendwie, irgendwo was noch mit anbringen kann. Es steht schon 12 zu 15. Das ist halt wirklich schwierig. Gerade mit so turmlosen TDs. Deswegen sage ich ja, ich tue mich da richtig schwer, effektiv spielen zu können. So, die erste konnte man anfangen. Haben wir einen Schuss gebaut. Wir sind am Murat gefounced. Okay. So. So, jetzt ist der ELC natürlich absolut unangenehm. Wir haben Saved da oben vom Gegner was stehen. schlecht geschossen. Aber jetzt ein bisschen geschielt gerade. 30b, lass ich da jetzt bitte bloß nicht droppen, Alter. Ich hoffe jetzt einfach gerade drauf, dass der Murat direkt übelst optimistisch herangepushed kommt. Motiviert, wollte ich sagen, nicht optimistisch. Okay. 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 der Iron Arnie macht jetzt unten Druck auch. Oh, ich kann doch nicht überall sein. Dass das so weit vorfährt, habe ich jetzt halt auch nicht geahnt. Muss gucken, dass ich den rausnehme. Der 10er ist halt das größere Problem. Ja, ihr seht halt T-44 aimt direkt halt auf meinen Copoler. Habt gar kein Problem mich zu pennen. Oh, jetzt sind sie hinter mir durch gleich. Ich hab den Clip angebracht. Das ist ganz angenehm. Bin aber halt im Reload. Und mein 50-120 der sieht halt auch nicht mehr so dolle aus. Zumal er jetzt halt auch keine Chance hat. Da kommt eine Taran, Digga. Was soll ich machen? Ich könnte jetzt wegfahren, dann dauert es ewig, bis ich mich umgedreht habe. Muss gucken, dass ich den Clip noch durchkriege. Und dann Holla, die Waldfee. Das ist jetzt was Persönliches, deswegen Fokus auf die Taran. Er hat halt gar keine Probleme. ich wollte fürs Team noch was machen. Oh, ich hab noch was für Team gemacht, wer ist raus? Huuuuhh. Hm. Das ist jetzt halt, wir hatten auch keine Map-Control, kaum Sicht. Da ist mich die Idee halt auch schon wieder schwierig, dann gut zu arbeiten, vor allem mit einem Turmlosen. Die Foch ist da wirklich noch angenehm, dadurch sie mobil ist, sie kann sich relativ schnell drehen. Wenn ich mir vorstelle, ihr seid da zum Beispiel mit einem Jagd-E 268-4 ist auch ein bisschen träge. Oh, was haben wir noch? E3. Da seid ihr halt gar nicht so mobil. Ja, schade. Schade, schade. 50B hat halt auch echt gut mitgemacht hier mit 4-7, aber das reicht halt nicht. Ja, nicht so geil gelaufen, aber 4-1 haben wir gemacht, 640 noch gespottet mit. A50B absolut geil mitgemacht, aber Charmangia 8er, die haben es versucht zumindest, da fehlt noch ein bisschen die Penn noch. A30B hat sich halt nicht so mit Ruhm bekleckert, ich weiß nicht, E50 auch nicht unser Rufless, Alter. Digga. Naja, also ich weiß nicht, petten halt auch nicht. Ja, schwierig. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ach, mir fällt jetzt gerade einer, bevor ich es vergesse, das habe ich mir gar nicht gezeigt, äh, mein Kommandant. Filter raus. was ich auf dem Kommandanten drauf habe. Also, ihr seht ja selber, Fähigkeiten hier, Waffenbrüder, schnelles Nachladen, Sechster Sinn, Weitsicht, eben halt, drum nochmal, um weiter zu spotten, Reparatur auf jeden Fall, also Kettenreparatur, damit man sich schnell wieder drehen kann. Tarnung habe ich hier auf jeden Fall hoch gemacht, Genauigkeit und leises Fahren noch. Tarnung deswegen bei der Foch relativ viel, weil sie halt wirklich, ihr seht schon, auf einen echt angenehmen Wert kommt. Also, man könnte auch die drei Tarnungsperks rausnehmen, macht, weiß was ich, äh, wo ist es, hier noch Allgemeinreparatur drauf, dann könnte man vielleicht noch, ja, was weiß ich, Genauigkeit während der Fahrt verbessern, man könnte hier noch die Wanddrehgeschwindigkeit, aber ich finde, es sind halt alles Werte, die bei der Foch echt schon angenehm sind, da muss ich nicht wirklich viel machen. Und, ja, es ist am Ende euch überlassen, hier, Geländespezialist noch, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, nur damit ihr das auch noch gesehen habt, bevor ich es hier vergesse, Mensch, ich wäre halt asche alt. Ja, ich finde die Runde ging aber eigentlich, ihr habt gesehen, auch der Impact von den 770, der ist halt schon geil, aber ihr habt nur drei Schuss mit einem recht langen Intraclip und wir gehen jetzt in die Runde rein mit der kleinen Kanone. So, wir sind in der Runde mit der kleinen Kanone, Severo Ghost, Standardgefecht, große Zehnerlobby, Alter, dreimal 4.500, ey, boah. Und was soll ich sagen, das ist eine Map, die ich jetzt nicht so gerne will. Einfach dem geschuldet, weil wir hier auch nicht so viel Platz haben, irgendwo irgendwas zu machen. Ja, mal gucken, dass ich relativ aggressiv hier mit, wie ich vorne platziere. Naja, an die Front fahre ich nicht. Bis die da rauskommen, ähm, ja, wegen Copolo und so, ihr wisst schon Bescheid. Ich werde mich hier platzieren. Da fallen schon Bäume um. Sheridan. Ist der Stein gerade im Weg? Ihr seht mir, der kleinen Kanone Intra-Clip auf jeden Fall angenehmer. Ich kenne mich jetzt nicht auf. Ich kenne mich jetzt nicht auf. Einfach mal 1.000 HP, ja. Ja, ein Brand kann hier auch mal passieren. Kann ich euch gleich sagen. Ihr seht schon, der Intra-Clip absolut geil. Haben jetzt schon 2.000 Damage gemacht. Der Wailer, der kam auf jeden Fall nicht ungestraft rüber. Lade den Clip nach. Ich will den nächsten bestrafen. Dass der Wailer da jetzt aber spielen darf, ist auch ein bisschen unschön. Stehen da 60 TP. Warum sollte ich denn den da nicht pennen? Hä? Wo geht der jetzt hin? Hm. Okay. Jetzt hat mich gerade irgendwie die Kanone ein bisschen getrollt. Na ja, mach den Wailer jetzt doch mal weg. Okay. Oh, 4.500, komm, bitte. Ich hab noch 3 drin. Der Patton pusht jetzt halt auf unseren T-100, da kann ich nicht helfen. Ich lade einen Clip neu. Der Wailer ist raus, oder? Ja, den Wailer hat er raus. Ich hätte jetzt auch fast gesagt, hätte ich noch genug HP, scheiß drauf, fange ich mir die eine vom 4005, push ihn und gebe ihm meinen ganzen Clip. Aber dadurch die Arti mir ja direkt zu Anfang des Spiels erklärt hat, wo mein Platz ist, sehe ich das halt gerade nicht mehr so. Das ist ja dann nochmal so schnell hinterkommen. Das ist auch nochmal vorgefahren, ich hab's gesehen. Ich frei beim letzten an der Kette ab. Eieieieiei. So, jetzt mach ich hier aber jetzt mach ich hier Gas, weil sonst krieg ich ja nichts mehr vom Gefecht ab. Ich muss jetzt auf den 4005 fahren. Der hat nämlich noch genug HP mit unserem Mäuschen Bounced an die Murke. Kommt 4005 Lad nach, ich will die Kelle nicht fangen. was er noch mal nachladen durfte, ey. Ja, gerade so 4000 kombiniert, das ist nicht so viel. Wir hätten hier mehr machen können, ich, bisschen hat mich die Kanone getrollt. Bin ich damit zufrieden? Wir hängen mal noch eine Runde ran. Weil, ich glaube, mit der kleinen Kanone kann ich euch noch mehr zeigen, auf jeden Fall, weil die ist wirklich absolut brutal, zwecks DBM. dann sehen wir uns gleich in der dritten Runde. So, noch eine Runde. Siebenzerstörung, Siegfriedlinie. Ja, ausgewogene Lobby. Werden den Sporter auf jeden Fall helfen, auf dem Openfield. hat gerade auch eine absolute schöne Runde auf Flugplatz noch gehabt, die mit 300 Schaden nur geendet hat und mich hat halt ein Afra einfach für 1400 in meiner tollen Leiste da oben gepennt. Das ist halt das, was ich meine und da bin ich auch mal kurz wieder also wirklich Afra-Spieler, die also mit denen kann von mir aus alles gemacht werden. Ich spiele den Tank auch einfach aus Prinzip nicht, weil der mir zu dumm ist. Das hat mir schon wieder gezeigt, also bei aller Liebe, aber dieser Panzer ist halt einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Warum äh ja gut, wenn ich jetzt hier halt aufgehe, ist scheiße, ich muss mich ein bisschen droppen lassen. Jawoll. Man muss den nur offen halten, mein Freund. Nur offen halten. Was sehe ich von dem T10, Alter. Nein, Höllenbund. Egal, wir gehen jetzt aggressiv weiter vor. Unser Team steht mit zwei Mediums schon da vorne. Natürlich ein Afra, sollte es anders sein. Aber damit können wir arbeiten. Mit der erspielten Fläche jetzt hier. und der Gegner hat natürlich auch einen Afra dort hinten. Wie soll es anders sein? Wirklich? Dieser Panzer macht so das Spiel kaputt. ist nicht weiter ran. Wir versuchen, dass wir den Afra mal penetraten. Ja, Turm. Freilich hier, ich wollte schon sagen, ey, das ist nur ein Sendu-Turm und du kommst manchmal so schlecht da durch. Da oben, die Mitte wird jetzt halt auch schon echt gut gespielt vom Gegner. Ich versuche mich mal hier zentral zu stellen. vielleicht oben noch mit rein bürgen. Alter, hier ist drei Gebäude sogar. vergesse mich gleich. Aber 13 zu 12 noch ist gar nichts so safe. Wenn wir halt nicht die Stadt dominieren. wenn ich jetzt noch damage will, ich rennen. noch ein voller Clip auf jeden Fall angebracht und ich wäre auch schon wieder zufrieden. glaube, ich lasse das dann gut sein, weil es ist wirklich schwierig hier gerade. Der Murat wird sich jetzt hier wahrscheinlich um den Medium kümmern. Da werde ich nicht mehr viel abbiegen. aus den Rest kannst du haben von mir aus genau wollte gerade noch versuchen ein bisschen wiggeln ein bisschen anschrägen aber das hat halt nicht geholfen. Ich bin jetzt halt nicht so schnell nachgeladen wie er hat die Seite reingeballert ne der andere ja 68 hat halt auch genug pennen es ist halt schwierig den zu bouncen ja auch 5 5 ja der clip war jetzt noch mal wichtig auf jeden fall ich glaube wir sollten das gewinnen tumlose tds tue ich mich aber auch wirklich verdammt schwer falls das einer von euch mit gekriegt hat deswegen kommen auch nicht so viele Videos davon bin ich ganz ehrlich mit euch weil ich da echt nicht so gut wirklich weiß immer mit umzugehen das ist echt schwierig den Situationen dann vorausschauen zu agieren damit du nicht sofort drauf gehst oder damit du noch damage machst also wirklich turmlose tds und ich das ist so eine Hassliebe ich mag die dinger echt gerne aber du hast so selten echt krasse runden gerade jetzt hier bei dem jagd die sieht muss eigentlich am besten er muss so weit rum piken der WT könnte locker auf Kette gestellt haben bevor rumzieht und dann voll den Clip entladen er hat echt Glück dass das 5 kombiniert damit bin ich zufrieden das geht klar auf jeden Fall äh ja also wirklich turmlose tds ich kann es nicht oft genug sagen es ist wirklich schwierig für mich das völlig gut zu präsentieren ich hoffe trotzdem euch hat das video gefallen wie gesagt die Forch eine Reihe für mich die ich echt gerne spiele aber mit diesen Cupolern das ist wirklich wirklich anstrengend die haben halt DBM die sind mobil die frontale Panzerung geht halt auch wenn der Cupola nicht wär ist wirklich der macht das halt komplett eigentlich unnütz in diesem Sinne ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video Freunde reingehauen und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal